So, das ist nur ein kleines Infovideo. A, ich habe Schnee. Oh Mist, das ist das Skript. Ich will euch nicht spoilern. Gut, hoffentlich konnte man das nicht lesen. Na egal. Ja, was da hinten passiert ist. Das gehört eigentlich nicht mal mehr zum Shot. Ja. Sagen wir einfach, etwas ist draufgefallen. Aber egal. So. Warum neuerdings nicht so viele Videos kamen oder fast gar kein Sohaar. Ja, ich habe sehr viel mit der Schule zu tun. Aber morgen werde ich dann wieder richtig durchstarten, weil heute muss ich nochmal hart üben. Aber morgen bin ich dann erleichtert. Also bin ich so, ich sag mal, weg von dem ganzen Schreck. Kann ich hier weitermachen. Und wer schon sehen will. Hier ist Henry. Da James. Und da Percy. Und Tom ist es auch irgendwo. Irgendwo halt, ne. Und das ist die Box. Der Charaktere, die da auftreten werden. Ja. Ja, nur so ein kleines Infovideo halt. Nur dazu, damit ihr wisst, wieso keine Videos mehr kamen. Und der Film. Ich habe... Ja gut. Ich halte vor, einen Trailer zu machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt ja mal abstimmen, ob ich einen Trailer machen soll. Oder ganz warten und noch gar nichts spoilern, bis mein Special überhaupt draußen ist. Also ihr könnt abstimmen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.